dann wird sie auch am abend in schwarz und rot eintreffen was da wie gesagt so einen kleinen lounge bereich wurde dann da bedient wirst mit irgendwelchen weinen kannst ja auch terrak bestellen was auch immer du da gerade brauchst also alkohol es gibt auch wasser du kannst da quasi alles bekommen im schwarz und rot kloppe einreichwilliger aus erzielt doch mal ich habe gehört es gibt ein fest die nächsten tage vom dämonen kaiser ja das ist richtig ich glaube die ganze stadt gündet davon das turnier der schwarzen sonne und kurz danach werden die gewinner dann in den schwarzen palast eingeladen werdet ihr auch eingeladen ich werde von daraus berichten ja wunderbar wunderbar ach wie gerne würde ich dieses fest einmal sehen meint es gebe eine möglichkeit mich als euren wie nennt sich das sekretär mitzunehmen ihr seht mir doch schon etwas nun gut ihr wisst einen guten wein zu schätzen aber könnt ihr auch lesen und schreiben ein einfacher söldner in lederkluft aber natürlich kann ich lesen und schreiben so so dann bewerbt euch doch einfach beim optoliten jetzt gerade zu dieser zeit werden wir einige redakteure noch brauchen die potongi sehen immerhin nicht alles das ist eine gute idee wie wärs wenn ich vom turnier berichte einige kleine schreibproben könnte ich vorher schon abliefern für meine bewerbung nur ein paar tage habt ihr ja noch zeit dann reicht doch einfach eure bewerbungsunterlagen beim optoliten ein ob wir das jetzt heute ich glaube heute ist auch schon redaktionsschluss aber morgigen tage könnt ihr euch dann sicherlich melden wir öffnen um vier und dann könnt ihr da eure sachen einreichen dann dauert dann vielleicht einen halben tag und dann können wir auf euch zukommen wir werden ja wissen wo ihr seid immerhin haben wir gotongis richtig 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 dann hoffe ich über eine wertvolle und zufriedenstellende arbeit für beiden seiten geschadet dass mich jetzt zurückziehe ich muss noch an meiner rede feilen könnte man sagen meine ideen aber es erfreut mich euch kennenzulernen und stellt ihr so die hand ja danke für den wein ah ja gewiss ja geht dann zur theke wahrscheinlich und zahlen die zwei gläser wein halt gut ja die tage verstreichen ihr trainiert und am vortage vor abend wie gesagt hier gibt es sowas wie tag und nacht nicht mehr aber einen tag bevor das turnier dann beginnt könnt ihr euch noch einmal gemeinsam treffen vielleicht irgendwie oben dann in dem in einem hof wo dann ja igna untergekommen ist dass ihr euch dann einfach gemeinsam trefft wo ihr dann unter euch seid und nicht unbedingt dann im hotel schwarz und rot wo ihr dann die ganze zeit auch beobachtet werdet die wände haben immerhin ohren konnte ich dann aber zurückziehen und noch einmal über die ereignisse und geschehen es berichten oder auch nicht hat denn jemand etwas zu berichten ja es wurde von stahlmann der die idee geäußert dass wir doch mal gucken sollten ob wir nicht vielleicht bei dem wagenrennen wo viele wichtige leute aber auch sehr wichtige leute für uns daran teilnehmen sozusagen ob wir da nicht viele richter ja vielleicht einen anderen wagen erobern können und wenn auch zufälligerweise dann jemand mit drauflegen würde ja dann ist das einfach so wie das so kommt wenn man unbedingt in der nähe von so wichtigen leuten kommen würde könnte man das aber natürlich auf dem boden sehr viel einfacher tun aber ein gedanken ist das auf jeden fall wert meine idee dahinter war eigentlich das naja vielleicht ist bei so strom blick mich mal verspöcherisch um magister hätte die wohl die gnade dafür zu sorgen dass man uns nicht belauscht oder beobachtet sicherlich kram in meinem rucksack rum und erhole eine alle raune raus und entzünde sie an einem kohlenbecken was wahrscheinlich im zimmerraum steht klar überall kohlenbecken die dann nicht nur auf offener straße sondern auch im inneren der räume sind wo du dann die direkte zünden kannst oder auch reinschmeißen kannst so dass du dann mit deinem wissen über die alchemie gotonkis vertreiben kannst und warte bis sich der rauch der gestank so im ganzen raum verteilt hat ich glaube jetzt können wir reden ich bekomme noch mal alle türen und fenster zu sehen nicht dass irgendwas wieder reingeflogen kommt gut was wolltest du also sagen die idee war einfach also ich habe in montolin gelesen dass dieser vater von dem sohn den wir suchen der fährt beim beim wagenrennen mit und dann können wir naja die die anderen begleitung umklatschen und dann können wir uns mit dem unterhalten während er fährt ich meine wenn er wirklich gefangen ist und hier gegen seinen willen gehalten wird dann darf er vielleicht mal irgendwie naja sein 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 adligen trieben nachgehen und irgendwie pferder rennen fahren aber naja ansonsten wird er wieder im palast eingesperrt und dann können wir da während während er fährt können wir mit ihm reden ich kann noch mal eben wenn wir fertig sind mit reden können wir dann wieder zurück auf unseren wagen springen oder das tun wir sind während er das erklärt kam ich mal die morgen ausgabe vom ob du liegn raus ich nehme an das steht da so drin dass er im wagenrennen teilnimmt nimmt auch woanders teil steht das da steht auch drin er wird bei dem kampf mit schwert und schild mit kämpfen das problem da ist natürlich dass er sich seine feinde aussucht oder seine gegner weil er einfach viel viel adliger und viel viel höher ist und kann so nichts beeinflussen das kann man nicht jetzt man könnte ihn beleidigen und offener sein herausfordern aber das halte ich genau also das wäre eben die möglichkeit aber auch da gerade in der arena schämen natürlich tausende von da schämen zumindest viele gotongis rum die euch dann währenddessen beobachten und die hoffen man müsste man müsste ihm irgendwie umklatschen und sich ganz über ihn abbeugen und ihnen da was unverfängliches zuflüstern damit er weiß wer wir sind und dann hoffen dass er uns in die dingen sein lädt ja ähm ne nun starkart kannst du denn solange ein wagen ruhig halten neben einer anderen weislich kommt darauf an wie viele andere leute anwesend sind aber in der theorie wenn er uns nicht angreift und uns zuhören will sollte das möglich sein also man da wird das problem liegen ja selbst wenn er dabei ist müssen wir erst mal die anderen beiden ausschalten das lassen das machen wir aus der ferne denke ich das sollte gehen wenn wir glück haben wenn wir glück haben aber wenn wir die anderen beiden ausschalten oder nur drehen wollen das könnte auch ein problem sein wenn ihr da einfach rüber springt wird er natürlich denken dass sie ihn vom wagen werfen wollt und würde euch vom wagen treten vielleicht ist er außerdem gar nicht der fahrer er nicht der fahrer ist dann wird das äußerst kompliziert da brauchen wir einen zweiten fahrer oder wir halten einfach an ich meine das rennen ist dann ja egal ich denke an ich denke anhalten werde ich den wagen wohl noch können bevor er aber anhalten wäre total verdächtig wenn wir freiwillig anhalten naja ich meine seine seine beiden begleiter wenn er in welche hat werden vermutlich keinen keinen hohen stand haben und das ist vertretbarer wenn wir sie ausschalten und ihnen dann einfach ehrenhalber anhalten und absetzen lassen dass wenn wir ihn mit töten würden wenn ich den wagen anhalten müsste ich natürlich auch anhalten damit ich weiter mitreiten kann so sind eben was raus denke ich du könntest auch versuchen alleine darüber zu springen das zu erklären und währenddessen denken wir die anderen ab was könnte gehen ich nehme an dass die hongis dort auch fliegen werden und wenn wir eine große karambolage oder ähnliches produzieren wird die aufmerksamkeit auf uns liegen und so lange redest du mit ihm ja nur müssten wir doch mal zuverlässiger weise diesen wagen hintern können nicht wie wir können es zumindest versuchen traust du denn zu den beiden darunter zu schießen und das wird das ganze problem sein dann werden wir hoffentlich zeit haben wenn wir uns hinterher setzen können nun müssen wir dahinter sind gleichzeitig daran sorge tragen nicht selbst herunter geschossen zu werden ein weiteres problem ist auf jeden fall wir wissen gar nicht wo wir starten und wo sie starten wenn sie hinter uns starten alles gut aber wenn sie vorhin starten müssen wir sie erst mal einholen dann ist starkart hoffentlich ein sehr guter fahrer ansonsten haben wir ein problem ich so nicht behaupten der erste der erste turniertag also ihr werdet ja zwei wagen rennen fahren dass ihr für alles gemeldet wird gehen dann ich deute das einfach mal mit dem igna token an über die hauptstraßen einfach das heißt die werde die olgo mag selber nie verlassen sondern einfach nur innerhalb der stadt was natürlich auch brutal gefährlich ist wenn häuser sich verschieben sechs kilometer oder sechs meilen im inneren der stadt fahren auf den hauptstraßen ziemlich einfach da gibt es dazu auch irgendwelche abbrüche wo ihr dann über säure sehen fahrt das hatte ich ja schon mal beschrieben oder irgendwelche lava sehen und gut wenn man da dann irgendwie runterknallt gegen so einen brückenpfosten oder die brücke einstürzt dann ist natürlich erstmal not groß aber zumindest verlasst ihr die stadt nicht das ist gut oder schlecht wenn wir mehr unauffällige zeit mit ihm haben wollen aber größtenteils gut naja sechs kilometer zum pferde das wird ja ganz schön lange dauern man könnte natürlich einen hinterhalt für ihn legen und dann von einem dach oder so auf seinen wagen aufspringen weil das halte ich für mindestens genauso gefährlich und wir werden da nicht mal sein können denn wir stehen ja gleichzeitig auf unserem wagen wonach wird denn die ausstellung werde darf denn als erstes losfahren ist das zufällig ist das ausgelost wie das nach stand wie funktioniert das bei einem wagen rennen poste ich nehme einfach mal anders wird die startposition ausgelost und damit losgefahren ja neben der arena ist genug platz da könnt ihr auch nebeneinander losfahren ja nur ist die wir haben mehr in der kurve am innen stehen darf ja richtig ja okay das bringt die drei zehn sekunden die zu gewinnen woraus wird ausgelost wird ausgelost ihr müsst erst mal die erste kurve erreichen bis da es wird es wird vermutlich auch nicht so viele wägen geben den streitwägen und die pferde dazu sind sehr sehr teuer wenn ich den streitwagen her was willst du nicht wissen da magst du vielleicht mal wirklich recht haben okay wir versuchen so schießt sie darunter springst darüber und danach versuchen stark und ich so viel aufmerksamkeit wie möglich auf uns zu ziehen das sollte doch machbar sein hoffen wir es wenn es ansonsten wenn ich nicht funktioniert können wir es beim zweiten wagen rennen ja noch einmal versuchen wir müssen aber auf jeden fall auf dieses komische excel feeder aufpassen dass uns das nicht die pferde frisst das kommt jetzt mit pferden nicht mit dämonen oder was meinst du der wagen steht ganz normal vor dir und da sind vier pferde vorgespannt wie die kommen sind weiß ich gucke einfach mal ob die mehr als vier beine haben die haben vier beine gut dann werden es auch pferde sein ganz normale pferde genau und auch dein anderes pferd was aus pavi transportiert wurde da hat sie dir gesagt das kommt aus dem limbus aber es hat vier also es wurde einfach nur über den limbus transportiert gut dann werden wir es beim wagen rennen zu versuchen und auf das beste hoffen wenn der wahl mal gehen und mich in das neue pferd gewöhnen mehr namen ausdenken werden unser möglichstes zu alles liegt an dir stark hart und ich klopfe dir mal auf die schulter ja ja so weit stresst du bist doch ein ausgezeichneter wagenfahrer ich weiß gar nicht was du hast ja oft man könnte mich fast gut wenn ich bitte wesentlich vielleicht auch schon schlecht wird reichen müssen ich hoffe einfach mal dass wir alle formen und ihre streitwahl grund haben bevor wir die erste kurve kommen um meine fähigkeiten quasi zu wissen wird glaube ich nicht einfach obwohl vielleicht können die die herren magier ja irgendwie behilfreich sein aber mir sieht zumindest ein bisschen betröppelt aus während er sitzt dann im tisch hat er wie gesagt um die sich um die allraune bemüht aber er hat auch vielleicht auch ein bisschen erzählt dass er sich einschleichen wollte über den optoliken und ist dann grandios einfach er war viel zu nervös großer fan sie stand auch noch hinter ihm als er dann den ersten bericht doch schreiben sollte in der schreibstube leo media direkt mit ihrer schreibenden pferde hinter ihnen hat sich aber verkriegelt und ich mal nicht mal die ersten paar sätze ordentlich hinbekommen haben sie gleich rausgeschmissen vielleicht eignet sich die schreibweise von magischen thesen ja nicht unbedingt für seinen schubblatt willen optoliken das wenn ich euch bis morgen ein zwei sachen fertig schreibe damit ihr sie zu groß sein können muss ich das tun natürlich wenn ich meine schulden erlasst ihr seid ein schoker nein ich bin gerecht das ist manchmal eine dienstleistung an so unerlich etwas vorschreiben lassen und so unehrlich sie auch sein mag was ist das wort ist etwas vorschreiben lassen ihr habt recht das wurde mein stolz nicht zulassen du in gab das während der ganzen sache sowieso hier in der taverne was das schon mal klar ist ich werde wohl einen anderen weg finden müssen vielleicht ist es zeit dass ihr eure stück luft auszieht wenn man euch sowieso nicht hab so händpflicht hier wie ihr seid eure ärmchen sind schon ein bisschen dünn da hat er recht kampf magier hin oder her es reicht für meinen meine zwecke nun gut mit euch fast bodenstangen aber du fasst richtig den lindern hast du ja schon weg ich bin wohl etwas kräftiger als ihr glaubt nicht die auch glaubt nicht die aufgepluschten ärmel würden darüber hinwegtäuschen nichtsdestotrotz wollen wir uns wieder eigentlichen sache zuwenden vielleicht könnte ich mich trotzdem als schreiber ausgeben eines braucht nur einen der für euch schreibt also oder jetzt hier müsste einen der stadt vielleicht suchen der keine ahnung vielleicht mal schreiber war oder du nimmst einfach meine hilfe an oder ihr nehmt einfach seine hilfe an oder ich schreibe für ein blatt was hier nicht bekannt ist vielleicht irgendwie auch noch mal da kann es wirklich ein exzellenter fälscher hat uns auch in boran reingebracht würde mich nicht fälscher bezeichnen ich würde mich als künstler bezeichnen es war nichts aber trotzdem ein drast der fälschung aber eine gute könnte es könnte der kunst könnte denn ein ein wie nennt sich so etwas ein siegel des politen fälschen so dass ich als schreiber erscheine ich ich kann ich kann euch doch einfach den text vorschreiben und wirst ihr nichts fälschen dann kommt ihr mit dieser frau von der jc verabt rein und was sage ich wenn sie mich fragt warum ich plötzlich so gut schreiben kann oder so schlecht reagieren muss die schriften doch erst am nächsten tag abgeben dann werde ich die sachen nachdem ich so fertig nicht tot bin da könntest du mir ein wenig mit ein paar zaubern wie dem balsam salabunde nachhelfen dass ich nicht sterbe und deine schriftstücke abzugeben eine hand wäscht die andere also schuld mir immer noch geld so funktioniert die rechnung nicht ach ich soll euch heilen und euch verleuchtete schulden anlassen dafür kommt ihr rein dafür habt ihr die chance überhaupt mit bei unserer mission zu machen anstatt nur wie ein harzwurst hier das kaverde zu verschütteln könnte auch einfach alles machen lassen zuschauen ja wir können auch einfach uns zurücklehnen und einfach sagen wir bleiben auch netter werden mal schauen ob hier wurden das alleine schafft und eisermann die herren die herren arrogante tolle magier die bisher hier noch nichts gemacht haben haben erkannt dass sie nichts gemacht haben nun gut wenn er schafft und einen vernünftigen text herzustellen dann lasse ich euch die zehn du karten und heilt mich verletzt werden kannst du auch das eigene herstellen theoretisch wenn man euch nett fragt kann ich alles außer vielleicht jahre in einem duel besiegt dann bitte malen und zeichnen aussieht gar nicht so gut aus aber ich habe schriftlicher ausdruck obwohl ich habe glück moment gerade sagen ich so also mit zwei punkten ich würde die deutsche neue damit hätte ich fünf punkte fünf punkte und dann kommt mal ein zeichnen oder ich weiß nicht ob dann auch noch mal ein zeichnen also wenn du sagst du den siegeln anfertigen willst oder willst du erst mal erst mal erst mal erst mal ich nur diesen text dafür ok ja der text der text ist kein problem also wenn er da noch einen gefälschten stil haben will kann ich das natürlich auch machen sind dann was sind das sieben punkte ne fünf thw ist fünf ja ja fünf punkte über wenn das nicht gut genug ist recht sieht nicht schön aus aber also auf alle fälle viel besser als das was aber mir ist echt so ein bisschen das erfüllt nicht gerade die vorurteile gegen tor war da ja und falls du doch ein siegel haben willst könnte ich dir das auch vorbereiten dass wir da ist ein wenig mehr zeit dauern wie lange denkt ihr wird wir brauchen warum ein vernünftiges siegel über dieses siegel da was auf der zeitung abgebildetes ansehen und gucken und überall darum schätzen wie lange ich brauchen würde das vernünftig zu fälschen das ist wahrscheinlich siegel wachs besorgen oder sowas ja da können doch die magier dran kommen oder nicht also haben wir am ende laos kann da zumindest ran geht einfach in die in die akademie und ich das richtig verstanden habe und dann sagt er ich bin ein paar ich glaube hier benutzt kerzen und dann nimmt eine kerze und dann der wachs ganz so einfach in die akademie hinein und wieder hinaus ist nichts habt ihr nicht erzählt dass wir euch ausgesucht haben selbstverständlich aber ich vermute dass man am tor allein schon gegen mehrere dämonen antreten muss um sich als würdig zu beweisen und wenn man einmal hineinkommt ist es sehr fragwürdig ob man wieder herauskommt und ihr seid doch anti magier dachte ich könnte die dämonen nicht einfach war nie ein anti magier was seid ihr denn für ein magier kein anti magier ein drach magier ich dachte alle magier wären für euch drachen magier ich bin ja noch in besessenheit von drachen seid ihr ein drachen verliebt oder so wollt ihr die flach legen ich flüster mal über ins obach ein jammer magier glaube ich immer nicht bedeutungsschwanger drauf also gut dann legen wir uns jetzt alle ins bett und dann holen wir uns aus und dann wird geschlafen morgen geht's los gut aritio am ende laus ihr gut was ihr noch tun müsst und für den rest wird morgen wohl gekämpft oder geschossen je nachdem oder wagen gelenkt ja ich habe volles vertrauen zu dir starten keine sorge ruhe phase und die hohen herrn gibt sie nicht in laden wo einen siegel wachs besorgen können wer 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 findet ihr finden vor allem eben auch unten beim akrimonteum da könntet ihr sowas auch kaufen beschwörungskerzen klar wenn ihr euch hashtags andrehen dann könnt ihr sicherlich beschwörungskerzen in perfekter qualität finden eigentlich nur siegel wachsen bestimmte art von wachs ist halt auch ein bisschen ja werdet werdet es gibt an jeder ecke drei alchemisten natürlich kriegst du siegel wachs dann werde ich das jetzt auch noch fälschen also ich wurde auch während ihr dann hier die die vier tage genächtigt habt euch wurde dann auch für ein aufpreis mit gehörigem aufschlag wurde ich angeboten dass man euch euer eigenes urin mit einer alchemistischen substanz aus mengen biller säubert wurde ich angeboten dann müsste kein schleim trinken wie teuer für ein tag wollen sie auch noch mal in silbertaler oder ein zehntel ducat haben für alle ne ja für ein person für ein tag damit das eben reicht mit den sie waren wie viele tage waren das jetzt vier kannst du dann hätte ich für ein ducat für zehn tage mitgenommen genau okay dann kannst du den auf preis kriegen ich muss dazu sagen ich teile damit mittelreichst du karten das ist okay das ist ihm egal er nimmt das geld also ich habe jetzt kein also habe ich die ganze zeit kein schleim getrunken außer dem ersten tage einmal alles klar ist ja ich kaufe das für mich und starke arti der muss ja groß und starke muss ich dich eher stark und klein werden hauptsache das mobil mehr will ich nicht sehr gut das ist natürlich schweineteuer für wasser oder für euer eigenes urin ja das könnte man sich nie leistet lange zu bezahlen ich wollte gerade sagen also dass das ist schon echt ein buche aber wie gesagt wasser ist verboten und dann muss man eben auf solche spielereien eingehen haben wir leider aus dem auf venum aber ja ich würde mir jetzt eine probe holen damit ich es untersuchen kann einfach nur aus interesse halber aber ich benutze für den abwehren ja wird halt trotzdem ölig schmecken wozu oder es schmecken aber es wird nicht ungesund sein was die frage soll ich dir jetzt eine fälschung erstellen oder ja ja alles klar gut dann mal und zeichnen bei fälscher das war ab ist es hilft nicht gegen göttliche oder ärztdämonische sachen es reinigt zum beispiel salzwasser zu einem trinkwasser die sache ist die abgenenung wird erschwert um den grad der verunreinigung das heißt es wird locker eine sehr hohe erschweren es geben also jetzt hier allein alleine plus zwölf kann es schon sein wenn es wenn es stark genug verfault ist ohne dämonisches einwirken ja ich gebe dir eine plus zwölf also wenn du jetzt täglich das wasser und auch das essen aufreinigen willst wir sind in joelgurmark und das ist schwarzkorngetreide das war von vornherein das ist von akrimods verderbte erde ist es gewachsen das hat den lebtag nichts anderes gesehen als akrimodsche erde humus das ist eine plus zwölf gut jetzt muss er den zauber auf zwölf haben sonst entscheidet er automatisch er kann ja zeit ah nein ist ja keine spontane publikation er kann ja auch auf negativ proben du hast recht tschuldigung ist keine sprung mit negativen attributen genau da ist jetzt der magier gefragt inwiefern der spur monst das siegel bekommt zumindest abel mir und kann sich dann als schreiber für den optoliten ausgeben ja gut aus der entfernung schön dass du die regeln dazu geschrieben hast aus der entfernung wenn du nur kurz drüber blickst ist natürlich noch schwerer muss gezielt diese fälschung versuchen zu enttarnen wenn man sagt man könnte das erkennen aber das aber das wird nur wurde mich darauf aufwärts gemacht wo ich jetzt gerade wieder vorstehe erkenne ich das ansonsten nicht erkannt ich habe mir einfach mal das wachen das sofort glauben eine frage das minus 4 angetragen weil du ja ich hab die plus 10 vergessen da drauf aber max verschwendet 12 denke ich also du hast dir zeit gelassen und dann wird der zeit gelassen dann müsste gut also mit minus 1 die sache die 18 neue würfeln ist eine sache du könntest ja nicht anscheinend zu sagen dass du jetzt zwei asp mehr zahlst und dann dir den zauber irgendwie ne nach kurzer zeit nochmal machst weil du musst ja vier tage irgendwie das machen reicht für 10 portionen reicht für 10 portionen genau dann zumindest an zwei tage wenn du das für dich und deinen anderen magierfreund machst nur kann man den klasse ich erzwingen erzwingen geht nur gegen ihn her also du kannst 10 portionen praktisch machen verführen wir mit dem 2w6 für den ersten zauber ist es ne frosty mit dem 2w6 ja es ist glaube ich nicht gelungen oder nicht gelungen am ende laos das ist glaube ich die wichtige frage der aktuell nicht der hat minus 1 dann willst du den chibi nachbessern oder willst du nicht ja ich will den chibi benutzen ich meine die 18 ja problemlos gut dann war der zauber auch umsonst beziehungsweise was kostet der an asp für mich drei ja dann minus 7 dann ist er umsonst und ein w20 schade gut dann haben wir gereinigt das wasser trinkt ihr allesamt und auch irgendwie noch na gut gereinigtes essen kriegt ihr oben nicht hin aber gereinigtes wasser beziehungsweise euer eigenen urin und für jahland ist das sowieso kein problem ferramp ich moine auf auf auf